Guten Abend! Guten Abend! Hammer, oder? Sind alle bei Ihnen in der Familie ähnlich groß wie Sie? Nein, die anderen haben alle normale Körpergröße. Nur ich bin besonders groß. War Basketball mal ein Thema für Sie? Ja, ich habe Basketball gespielt. Richtig erfolgreich auch? Haben Sie ja mit Geld verdient? Ja, ich habe Basketball gespielt. Und ich habe gut gespielt. Dankeschön! Herzlichen Dank! Fühlen Sie sich wohl bei uns!